Matthias de Sordo ist ein deutscher Sperrwerfer. Er wurde 2011 Weltmeister. Leben Matthias de Sordo wuchs in Langenlonsheim bei Bad Kreuznach auf und begann im Alter von elf Jahren mit dem Sperrwurf. Als 1,8 JT-Riger gewann die Sordo den Titel bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften 2006 in Bautzen mit einer Weite von 71,67 Meter. Den Titel verteidigte er im Jahr 2007 gegen seinen favorisierten Vereinskameraden Alexander Fivik mit 77,94 Meter. Einen Monat vorher gewann die Sordo bei den U20 Europameisterschaften in Hengelung mit 78,59 Meter den Titel. Er hatte im Juni des Jahres seine Bestleistung schon auf den deutschen Jugendrekord von 78,67 Meter gesteigert und holte sich in diesem Jahr auch den Titel bei den Deutschen Jugendmeisterschaften. 2008 verbesserte er sich bei den Werfertagen in Halle auf 82,51 Meter. Dies war sein erster Wurf über die 80-Meter-Marke und erneut siegte er bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften. 2009 wurde de Sordo in Sofia Militärweltmeister mit einer Weite von 79,92 Meter. Danach deutscher Wiesemeister und zum vierten Mal in Folge deutscher Juniorenmeister. Er blieb aber 2009 bei einer Jahresbestweite von 80,15 Meter. 2010 schaffte de Sordo die Norm zur Qualifikation für die Europameisterschaften in Barcelona zum ersten Mal am 22. Mai 2010 in Saarbrücken mit 81,58 Meter. Zwei Tage später folgte die zweite Normerfüllung mit neuer persönlicher Bestleistung von 83,09 Meter beim Pfingstsportfest in Rielingen. Bevor er sich zwei Wochen später mit einer weiteren Steigerung auf 84,38 Meter in den Kreis der erweiterten Weltelite warf. Im Juni schlug er im Rahmen der Team-Europameisterschaft in Bergen überraschend den Weltmeister Andreas Torkelzen mit einer Weite von 83,80 Meter. Drei Wochen später wurde er erstmals deutscher Meister in der Hauptklasse der Männer. Bei den Europameisterschaften in Barcelona am 31. Juli 2010 gewann er mit 87,81 Meter und neuer persönlicher Bestleistung die Silbermedaille im Speerwerfen. Seinen deutschen Meistertitel verteidigte die Sordo 2011 in Kassel. Bei den Weltmeisterschaften in der EU besiegte er am 3. September 2011 den amtierenden Olympiasieger Torkelzen erneut und wurde damit Weltmeister. Im Speerwurf mit einer neuen persönlichen Bestweite von 88,36 Meter gewann er am 16. September 2011 die Kasekunden Diamond League Finale in Brüssel. Für die Olympischen Sommerspiele 2012 in London konnte sich De Sordo aufgrund einer erst im Juni zugezogenen Kapselverletzung am Wurfarm nicht regulär qualifizieren, wurde aber vom Deutschen Olympischen Sportbund per Ausnahmeregelung dennoch nominiert. Am 8. August 2012 blieb er bei allen drei Qualifikationswürfen unter der 80-Meter-Marke und machte diese für die Finalteilnahme nicht ausreichenden Versuche, jeweils durch Übertreten ungültig. Seine Karriere startete De Sordo beim TV Langen Lundsheim, gefördert durch seinen ersten Trainer Thomas Braun. Beide wechselten später zum MTV Bad Kreuznach. Neben der Leichtathletik spielte er noch Handball beim HGC Bad Kreuznach. Ab 2007 startete der 1,90 Meter große und 98 Kilogramm schwere Athlet für den SV Saar 05 Saarbrücken, wo er von Boris Henry trainiert wurde. Matthias De Sordo dem SC Magdeburg an. Sein neuer Trainer ist Ralf Wollbrück. Als einer der wenigen Sperrwerfer der Weltspitze ist Matthias De Sordo Linkshänder. Mit 88,36 Meter gelang ihm 2011 der derzeit weiteste Wurf eines Linkshänders. Bei seinen Wettkämpfen tritt er meist mit derselben Wollmütze an, die er selbst als seine Glücksmütze bezeichnet. De Sordo absolvierte von 2006 bis 2007 ein freiwilliges Soziales Jahr im Sport beim SV Saar 05 Saarbrücken und ist inzwischen der Sportfördergruppe der Bundeswehr in Mainz angeschlossen. Ehrungen Ehrungen